Was ist dein Beruf? An diesem Beruf gefällt mir, es ist eine extreme Abwechslung. Ich lerne sehr viele Leute kennen und es ist körperlich. Es ist anstrengend körperlich zu arbeiten, aber für mich ist es super. Ich habe gestern das erste Mal bei der Schweizer Meisterschaft mitgemacht. Ich muss sagen, es war unglaublich, es waren Mischtegefühle. Vor allem, ich war eine der ersten, die den Post absolvieren musste. Ja, es war toll, muss ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.